Hey Leute und ja herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Ihr seht, es ist mal wieder dunkel, wie immer. Und heute hatte ich um 16 Uhr erst Schule aus und wir hatten Sport und deswegen sehen meine Haare auch noch so aus und generell hatte ich heute einfach gar keine Zeit, weil wir waren direkt nachdem ich sportweise, direkt nach der Schule waren wir noch meine Tante besuchen, denn die hat ein Kind bekommen gestern und dann geht man natürlich da auch ins Krankenhaus und besucht die und da waren wir heute und deswegen ist es jetzt schon 21 Uhr oder 20 Uhr oder so. Also so um den Dreh rum, 20 Uhr oder 21 Uhr. Und ich habe den ganzen Tag noch gar nichts wirklich gemacht. Und jetzt fragt man sich, was mache ich bei dem? Draußen kann man schon mal nichts machen, weil man sieht halt einfach nichts draußen. Drinnen ist auch ein bisschen schwerer und ja, deswegen wird das hier ein ziemlich einfacher Vlog und es wird nicht so mega krass was passieren. Aber wenn ihr Bock habt auf so einen richtig tschuldigen Vlog, dann bleibt einfach dran. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt abschalten, weil ich habe keine Ahnung, was ihr sehen wollt, so. Und ja, ich habe auch den ganzen Tag noch nichts gegessen, außer heute Morgen habe ich was gefrühstückt und ja, das ist jetzt schon ziemlich lange her. Deswegen würde ich sagen, machen wir mir erst mal was zu essen. Irgendwas habe ich noch erzählen, aber mir ist entfallen, also gehen wir erst mal in die Küche. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, Waffeln zu machen und ja, ich würde sagen, wir machen einfach ein paar Waffeln. Also erst mal Waffeleisen hier. Das Mikrofon ist übrigens gerade richtig ideal da draufgeklebt, also Professionalität ist hier am Werk. Hier ist Waffeleisen schon mal. So, wir machen jetzt kurz den Teig und ja, ihr seht einfach ein paar Bilder, weil dann kann ich das Mikrofon da abmachen und dann ist alles viel gechillter. So, wir machen jetzt kurz den Teig und ja, ihr seht einfach ein paar Waffeln. So, Leute, und der Teig ist jetzt hier unter so einem Tuch. Und muss da eine halbe Stunde ziehen und so lange schneide ich den Teil jetzt schon mal, damit ich es gleich nicht machen muss. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn der Teig dann fertig gezogen hat. So, der Teig ist jetzt fertig. Hat jetzt dann genug gezogen und ich würde sagen, wir machen jetzt ein paar Waffeln. Übrigens kommt jetzt auch noch das Wichtigste, finde ich. Was ist denn? Ja, ja. Beim Waffel machen rein, nämlich Rumaroma, beziehungsweise generell Aroma. Man schmecken die so ländisch. Na, wo kann ich mich hinstellen hier? So. Musik. 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 Tadaa! Wir haben einfach eine Waffeltorte, die ich gleich runterfallen lasse. Die Waffeltorte ist auf jeden Fall ziemlich cool, finde ich Man kann es natürlich auch mit Schichten machen Also zum Beispiel, keine Ahnung, Quark oder so dazwischen machen Damit es auch eine richtige Torte wird Aber dafür habe ich heute leider keine Zeit Ich würde jetzt sagen, ich schneide jetzt ganz schnell dieses Video Und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video Und ich würde sagen, bis dahin Leute, ciao!